Nun möchte ich aber meine Kryptowährungen auf mein Wallet transferieren. Dazu gehe ich einfach hier auf mein Konto, Zahlungen und Überweisungen und klicke hier auf Überweisungen von Kryptowährungen. Da habe ich dann die Möglichkeit entweder Kryptowährungen einzuzahlen, Kryptowährungen abzuheben oder Adressen auf eine sogenannte Positivliste, also auf eine Whiteliste zu setzen. In meinem Fall möchte ich nun Kryptowährungen abheben und klicke hier auf Abheben und lese den Abhebungsantrag aus, stimme dem Ganzen zu, wähle hier meine Kryptowährung, in diesem Fall ist es jetzt Bitcoin und wähle das Konto. Ich erhalte hier aber eine Fehlermeldung, weil noch keine Adresse von meinem Wallet auf die Positivliste gesetzt wurde. Vor jeder Auszahlung muss das Wallet, auf welches ich auszahlen möchte, erst auf eine Liste gesetzt werden. Das kann ich auch direkt auf SwissCode machen, indem ich hier auf Abbrechen klicke, hier auf Adresse auf Positivliste anklicke und hier bereits sehe, dass ich keine Adressen habe. Dann gehe ich hier auf eine Adresse hinzufügen, lese den Haftungsausschluss, stimme dem Ganzen zu, wähle meine Kryptowährung, in diesem Fall jetzt Bitcoin und sehe hier, dass das Konto bereits ausgewählt wurde. Ich gebe dem Ganzen eine Bezeichnung, in meinem Fall ist das jetzt ein Wallet. Ich gehe hier weiter und erhalte hier einen Betrag sowie ein Kryptowallet. Die Idee ist, dass ich von meinem Kryptowallet auf dieses Wallet eine entsprechende Transaktion tätige, sodass SwissCode bestätigen kann, dass ich der Eigentümer dieses Wallets bin. Erst nach dieser Transaktion wird diese Adresse auf die Whitelist gesetzt, kann so dann für Auszahlungen benutzt werden. Wenn ich hier fertig bin, kann ich auf Fertig klicken und kann allenfalls hier diesen Testantrag sehen. Wenn ich Kryptos einzahlen möchte, ist das auch problemlos möglich. Ich klicke dann hier auf Einzahlung, lese mir den Haftungsausschluss durch, stimme dem Ganzen zu und sage dann, woher die Gelder kommen. Entweder von einer anderen Börse oder von einer Wallet. In diesem Fall möchte ich das Ganze von meiner Wallet transferieren, wähle hier Bitcoin aus, die Anzahl und sage dann, ich bestätige und die Anzahl ist sagen wir 1 Bitcoin und habe hier die Möglichkeit, dann auf Weiter zu klicken und entsprechend eine Einzahlungsadresse zu generieren. Diese Adresse ist lediglich für die aktuelle Transaktion gültig und muss dann jedes Mal neu generiert werden.